Möchte ich noch eine ganz kurze Meditation mit euch machen, für die Liebe, für den Frieden, für das Erwachen und dass das Beste für euch geschehen möge. Schließe deine Augen, atme tief durch, atme Liebe ein und Liebe aus. Atme Liebe ein und Liebe für deine Familie aus. Atme die bedingungslose Liebe der göttlichen Quelle ein. Und atme die bedingungslose Liebe für deinen Ort, deine Stadt aus. Atme die Liebe von Gottmutter und Gottvater ein. Und atme diese Liebe in dein ganzes Land, das Land, in dem du dich gerade befindest. Wenn du in Urlaub bist, dann atme es in das Land, in dem du dich befindest. Also dort, wo du dich gerade aufhältst, gibst du diesen heiligen Atem hinein. Liebe sei, Harmonie sei, Glück sei für alle Menschen, die hier leben. Gib nun deine Hände nach oben und atme mit dem nächsten Atemzug reine göttliche Harmonie ein. Mit all ihren Klängen, Schwingungen und Frequenzen. Diese göttliche Harmonie der neuen Zeit. Du kannst ein paar Mal atmen, bis du diese Harmonie in dir vollkommen spüren kannst, bevor du sie dann aussendest. Und wenn du diese Harmonie in dir spürst, dann sende diese göttliche Harmonie mit deinem Atem, mit deinem Bewusstsein, mit deinem ganzen Sein hinaus in dein Land. Und in dem du gerade bist. Und in alle Menschen, die hier leben. Und verbinde dich nun gedanklich mit den Menschen in diesem Land. Und verbinde dich nun gedanklich mit den Menschen in diesem Land. Und auch die göttliche Mutter liebt mich und ist mit mir verbunden. Und diese allumfassende Liebe, Harmonie und Segen teile ich nun mit meinem Nächsten. Und darüber hinaus mit allen Menschen in diesem Land. Und darüber hinaus mit allen Menschen in diesem Land. Wir bitten, dass wir von dieser Liebe berührt werden und mit uns in die neue Zeit gehen. Wir bitten darum, dass das Bestmöglichste für dieses Land geschieht. Dass Weisheit sei. Und dass immer mehr Menschen beginnen mögen, aus ihrem Herzen zu leben. In die Harmonie kommen und mit uns gemeinsam Liebe, Harmonie und Frieden verbreiten. Spüre nun zum Abschluss, wie nun ganz viele Lichter angehen in diesem Land, wo du gerade bist. Wo diese Meditation, dieses Gebet, Herzen berührt. Einfach durch die Energie, durch das Sein. Ihr lieben Seelen, ihr seid alle gerufen. Ihr seid gerufen, mit uns in eine glückliche, harmonische Zukunft zu gehen. Und in dieser großen Liebe, in dieser großen Freude und Dankbarkeit. Spüre zum Abschluss noch die Verbundenheit. Mit den Menschen, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Engeln, mit den Heiligen. Mit den lichtvollen Helfern aus allen Teilen der Galaxie. Mit den Erzengeln, mit den Cherubinen, mit den Seraphinen. Und mit den Höchsten Gott, Gottmutter, Gottvater und Jesus Christus. Schön, dass du dabei warst. Mein Name ist Lydia Gruber. Und sei glücklich. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass du dabei warst. Vielen Dank.